Hi Leute, wie versprochen mache ich heute den kleinen Produkttest zu dem Pesto, was gerade in der Veganbox war. Das Pesto Vegano con Tofu Biologico. Ich habe jetzt auch die Zutaten auf Deutsch gefunden, auf dem Deckel. Kann man ja auch nicht entdecken, so einfach. Das lese ich noch ganz schnell vor. Die Nudeln kochen auch schon, sind auch in ein paar Minuten fertig. Bio-Vegan Pesto mit Tofu in extra nativem Olivenöl. Zutaten, Garnusser Basilikum 48%, also in Klammern jetzt, natives Olivenöl extra 45% und Salz. Dann noch Cashewnüsse, Tofu 5%, Walnüsse, Pinienkerne, Knoblauch, Salz, Säuerungsmittel E 330. Ja, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Interessant fand ich Tantspuren von Milch enthalten. Ja, aber das immer so eine Diskussionsfrage ist, sind jetzt die Produkte, wo sowas draufsteht, kann Spuren enthalten von Milch, Ei und so weiter, sind die wirklich vegan? Wobei es dann nur bedeutet, dass die Produktionsstätte auch Sachen mit Milch herstellt. Ja, aber interessant, dass sowas auch in der Veganbox vorhanden ist. Das beruhigt doch gleich ein bisschen. Nutzung und Erhaltung, nicht kochen oder aufwärmen. Einmal geöffnet mit Olivenöl decken und im Kühlschrank lagern. Okay. Ja, bin gespannt, wie es schmeckt. Ein paar Minütchen brauchen die Nudeln jetzt noch. Ja, bis gleich. So, die Nudeln sind fertig soweit. Ich habe jetzt keine Spaghetti genommen, sondern Fossili. Spaghetti habe ich jetzt gerade nicht da. Da gebe ich jetzt, denke ich, mal ein, zwei Teelöffel von dem Pesto drauf. Das sollte eigentlich ausreichen. So, ich habe nochmal einen Teelöffel mehr rein gemacht. Das war, glaube ich, ein bisschen wenig, was ich schon gemacht habe. So, mal probieren. Also, ich will schon echt sagen, das schmeckt wie echtes Pesto. Also, würde ich es nicht wissen, mit dem Tofu. Ich würde jetzt denken, da ist Parmesan drin. Vielleicht, weil ich lange keinen mehr gegessen habe, weiß ich nicht. Aber die Konsistenz stimmt. Auch dieses leicht krümelige vom Parmesan ist mit dem Tofu eigentlich, ja, perfekt nachgemacht. Ja, schmeckt super nach Basilikum. Einfach lecker. Ich hatte erst gedacht, der Preis wäre ein bisschen hochgestochen. Ich glaube, jetzt, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie 5 Euro waren das für das kleine Glas. Aber wenn ich das jetzt so probiere, dann lohnt sich das wirklich. Wobei ich gerne normal versuchen würde, das nachzumachen mit Tofu. Dann werden wir die Zutaten mal aufschreiben und dann bei Zeiten, wenn unser Basilikum wieder ein bisschen nachgewachsen ist, das nochmal nachmachen mit Tofu. Mal gucken, ob ich das genauso hinkriege. Aber das ist auf jeden Fall, ja, super lecker. Also, wenn du auf Pesto steht oder Pesto einfach vermisst, dann wäre das auf jeden Fall das richtige für euch. Es ist halt nur ein bisschen, wie gesagt, ja, ein kleines bisschen teuer. Ja, vielen Dank für das Zusehen bei diesem kleinen Produkttest. Den Cramble Tofu, also diese Würzmischung für dieses Tofu Rührei, probiere ich den nächsten Mal aus. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö! Musik 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 Musik